Hallo, mein Name ist Anna-Laura Käffende 4, meine Schule ist College Deutonium und ich lese A2 in Xenomejo. Papier, Hilden. Sie sieht aus dem Fenster. Robin steht wieder auf. Alles in Ordnung. Elias sieht Maxi und ist sofort leise. Nicht nur Robin findet Maxi toll, er auch. Doch schade, sagt Elias zu Robin. Ohne dich würden wir den Wettkampf auf jeden Fall gewinnen. Du hast doch keine Ahnung von Judo. Robin wird sauer. Nimm das sofort zurück. Lass meine Brüder in Ruhe, ruft Tim. Dann läuft er schnell ins Haus. Du bist doch nur in der Mannschaft, weil dein Vater der Trainer ist, sagt Elias und sieht Robin böse an. Marvin nickt. Das sagen alle. Mark sagt so etwas nicht, weiß Maxi. Im unkleinen Raum schon, erzählt Merwin. Robin ist sprachlos. Denken wirklich alle so. Robin, wir retten dich. Tim ist wieder da. Er hält Superman in der Hand. Elias lacht. Dann bekomme ich aber richtig Angst. Hast du denn im Kindergarten gebastelt, Kleiner? Nein, den hat Robin gemacht, sagt Tim stolz. Robin bastelt Kindergartenspielzeug. Elias lacht noch lauter. Einige Jungen aus der Mannschaft sehen jetzt her. Marvin ruft zu ihnen. Kommt, das müsst ihr euch aussehen. Aus Papierenhelden, Heuber Verlag. Gott ist er. Ansatz Å Auspannung. Untertitelung des ZDF, 2020